Hi und damit herzlich willkommen zu dem kleinen Vlog, den ich gerade angekündigt habe. Naja, doch, ist ja in gewisser Weise im Vlog. Und zwar geht es um das Minecraft-Let's Play auf InsideMine. Viele von euch werden sicher heute schon gemerkt haben, dass InsideMine geschlossen hat ab heute. Einige werden es eventuell über die Facebook-Seite von mir erfahren haben, dass das Let's Play dadurch gewissermaßen gestoppt ist. Ich weiß noch nicht genau, wie es jetzt weitergeht. Ich habe jetzt gerade gesprochen mit einem Admin, einige haben vielleicht mitbekommen. Nicht mit Admin, mit ein paar Test-Mods, keine Ahnung. Es wird, ich habe jetzt noch 10 Folgen, die werde ich hochladen natürlich noch. Und dann muss ich mal schauen, wie ich das mache auf dem Moment und so. Aber ich habe jetzt natürlich gespendet, ich möchte es auch ausnutzen. Ich denke, wir werden einfach nochmal anfangen. Ich werde ein Häuschen vielleicht bauen, ein kleines Häuschen, wo es alles beinhaltet. Und das wir dann aus Staffel 3 InsideMine, dann natürlich, dann, ich weiß nicht genau, ob wir die Staffel umbenennen. Ob wir es in Staffel 4 vielleicht machen und dann, ich glaube Redux heißt der Server, bin mir jetzt gar nicht sicher. Das Recht zum Let's Play habe ich bekommen. Hätte mich jetzt auch schwer gewundert, wenn nicht. Und ja, guck mal vorbei. Also ich habe wahrscheinlich ein kleines Häuschen bauen auf dem VIP-GS. Der Warp Never steht wieder. Also Warp N-E-W-E-R. Wer da vorbeischauen möchte, ich werde da wieder ein paar Spendendrohner aufstellen, damit es vielleicht ein bisschen schneller geht mit dem Rohstoff sammeln, dass ich mir da schnell ein Häuschen in den Zimmer kann. Und dann werden wir wohl eher so ein Server-Erkundungs-Ding draus machen, dass wir einfach mal alles spielen und den Server angucken, was die Leute da so bauen und so. Und vielleicht, ähm, vielleicht wird es jetzt sogar noch cooler. Vielleicht kommen ja Leute dazu aus der Community von Rituxmine. Ähm, vielleicht kommt man vielleicht mit den Admins mal in Gespräche, dass man sich da was ausmachen kann. Ich weiß es nicht. Wir schauen mal rein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Ich bin jetzt wieder online auf Rituxmine und dann können wir uns zusammen zocken. Und ja. Adios. Adios.